Keine Schmerzmittel, kein Cortison gibt es gar nicht in der Praxis. Wir verwenden nicht mal chemische Mittel, das ist tabu. Und ich denke oft, warum habe ich denn diesen Erfolg? Und glaube, dass es wichtig ist, dass man weiß genau die Ursache und wo liegt die Ursache. Und dass ich da mit der Nadel hingehe und dort mit Mitteln, die entzündungshemmend sind, wie Arnica oder andere Pflanzen, dass die die Entzündung oder den Reiz oder den Schmerz lindern.